Moin moin Leute, herzlich willkommen bei Rocket League, es geht weiter. Kann ich fahren, kann schon, hat's disconnected. Wuuu, das ist doch mal geil, geht richtig gut los. Ja, super, komm, der gute Nächste mit am Start. Moin, sorry. Und mal gucken, was wir hier so alles machen können. Ja, gerade die Zintbräne abkommt. Hä? Okay. Ja. Was soll man sagen? Unser Ziel ist weiterhin, gut voranzukommen, Eigentore und Tore zu kassieren. Und, definitiv zu verlieren. Richtig. Ja auch. Und wie immer könnt ihr einfach, einfach die Musik genießen. Richtig. Und Bullshit genießen, den wir hier für eine ganze Folge lang schalabern. Schaber, laber, laber Als ob der oben drüber geht Krasse Scheiße, Alter Als ob Genau Ich hab null Punkte Hey, ich hab 20, oh man Ja Okay Ach du Oh, war da gezögert Ja, weil ich wusste nicht, dass der Ob der eine den hat oder nicht Und dann hat der den nicht Sehr schön Oh Gott Und natürlich krieg ich keine Parade dafür Habt ihr den Boost gelassen? Ich hatte voll Okay, dann geh ich jetzt schon Ja, hatte Aber die spielen natürlich nicht schlecht zusammen Muss man ja lassen Läuft Der geht über Und nochmal Okay, berühren Wenn du kannst Okay Ah, schade Geil Der ist ja doch noch drinne Wie cool ist das denn? Wie nice Wie nice Wie nice Sehr schön Unser erstes Tor Kriegen wir noch hin Aber klar Der Kommissar Sorry Leck gespielt Alles gut Oh, jetzt Jetzt, wo ich eine Sekunde später Erst mal Boost hole Wow Oh, ich dachte schon wieder, ne? Das wird ein richtiger Scheißtag Wegen Scheiß-Telekom, Junge So am Arsch lecken Da bin sie ja bald los Tja Ah, 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 ah Zerstören ist sie nicht So Kriegst du den? Na klar Oh, ein bisschen zu doll Aber es macht gar nichts Reicht der? Nein Sorry Sehr schön Ah Nein Sorry Und nochmal 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 Bin hinten Hier hinten Booster Oh mein Gott Da hat sich alles geplant von mir Aber sicher doch Kommt einer Ah, ich wollte den eigentlich Directly nehmen Aber hab ich verkrackt Läuft Wir haben schon ein Tor noch Natsch Nein Dann haben wir die Schlage, ne? Kriegen wir es rein Das Lack können auch nur wir haben Man, das kann nicht sein Das muss noch funktionieren Wir können nicht ständig nur verlieren Das heißt denn ständig verlieren? Neulich Körbe lief doch ganz gut bei uns Ja gut Körbe Ja gut, Körbe Das war auch im Stream, ne? Dafür sind die Aufnahmen immer verloren Körbe Dann haben wir uns vorbeigefahren, Sarain Ey, kein Scheiß Und meiner Bude riecht es, als ob ein 15-Jähriger sich eingedieselt hat Moschus oder irgend so ein Scheiß Oh krass Achso, wie in so einem Type-Puff Ja Achso Hier riecht du, willst du nach Parfüm? Nein, ich weiß natürlich nicht, wie es in so einem Type-Puff bricht Nicht? Boah, weißt du was? Warum hast du es dann gesagt? Oh, ne? Komm Zack, da haben wir schon mal eins Jetzt kommen noch zwei weitere Ohne Witzel Solche Sachen funktionieren dann wieder ohne Probleme, ne? Na klar, immer in den letzten 5 Sekunden geht es dann gut Und outplayed Na, schade Mano, das läuft scheiße Morgen muss es besser laufen Das Glück ist ganz schnell für den Arsch gewesen Ganz, ganz schnell Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder nach unten Je nachdem Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder nach unten Das ist ziemlich bescheuert Aber ihr wisst, was ich meine Haut uns in die Kommentare unten rein Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos in der Folge Hau da rein und tschüss, tschüss Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.